Das ist hier draußen, da stand man hin. Da haben wir geguckt. Also es geht auf jeden Fall noch sehr, sehr viel rein. Kann sich ja alles anschauen, aber das ist ja der Hammer. Na mega geil. Langlaufen kann? Jetzt bin ich draußen, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Was? Ist sonst was offen? Ich habe es gedacht, da ist jemand. Servus Leute, wir sind jetzt in einem verlassenen Sanatorium. Wir schauen uns jetzt mal hier um. Wir waren, also ich war noch nicht hier. Heute wieder ein Display, leider ohne Christian. Da ich von der Familie her leider nicht mitmachen kann. Was ich sehr schade finde. Was wir hier sehen, was ihr hier seht, weiß ich nicht. Aber wir fangen jetzt die Tour an und beginnen jetzt. Bis gleich. Ardix Welt ist ja auch dabei. Und wir haben auch gerade gesagt, hier gibt es ein verlassenes Theater. Das ist quasi jetzt über uns. Und da gehen wir gleich mal hin. Und das war halt ein altes Sanatorium. Ein bisschen was ist schon kaputt. Es ist eigentlich schon sehr viel kaputt. Aber ein paar Scheiben sind dann noch ganz. Wir bewegen uns jetzt mal langsam hier weiter. Jetzt gehen wir mal hier runter. Hier waren wir noch nicht, gell? Hier runter jetzt, gell? Das sieht aus wie Essensausgabe hier. Also hier hat der Essensausgabe und da sind die in den großen Saal rein. Und die haben da gegessen. Wir wurden auch gerade Gruselgeschichten erzählt über dieses Sanatorium. Was ich glaube, ich meine ich glaube nicht, dass es hier gruselt, aber dass es hier sicherlich verschiedene Sachen mal gab, die passiert sind, kann ich mir schon vorstellen. Jetzt hier hat der Elektrik noch da. Das schaut aus, könnte eine Alarmanhebung gewesen sein oder sowas. Die überschreue immer. Natürlich wäre es sehr cool, wenn Christian es dabei wäre, könnte uns viel erzählen. Und seine Eindrücke könnte er hinterlassen. Jetzt einfach mal in den Küchenbereich. Mit Spüle. Und eine Tür ist jetzt die Tür offen. Ich probiere jetzt mal das nicht, wir gehen auf den anderen Richtung. Die ist halt auch eine Essensausgabe gewesen zu sein. Der Schrank ist ja doch Hammer. Schöner als DDR-Schrank, aber mega geil. Das ist schön, oder? Jetzt ist unser Parkett schon gehoben. Durch die Kälte und die Nässe hebt sich das Parkett. Moin. Moin. Und doch wieder ein Kälte und doch wieder ein Kälte. Und doch wieder ein Kälte. Wollt ihr hoch, ja? Ja. Also muss es ja hier noch viel mehr zu sehen geben, Mardi, ne? Das ist ja ein riesiges Gebäude hast du gesagt, gell? Das ist richtig groß. Und bin ich auf dem richtigen Weg grad? Das ist ja der Hammer. Na mega geil. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. natürlich schon rausgeklaut wie haben sie gezogen, wie ist das hier? an einem Strick der geht ja ganz hoch da sind ja Gewichte dran, siehst du das da unten sind sie so die Frage, gibt es hier eine Leiter? Treppe? Hier gibt es eine Treppe ich habe mich jetzt vor seinen Schatten erschreckt oh Martin, entschuldige, du machst die Überlichtung ja ich leuchte mal schnell aus da schaut euch das nochmal so an von der Seite ja so ich bin da bestem wie ein Palschist das hätte ich jetzt nicht gedacht 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 das hat sich jetzt ein großes Raum hier also dass das so groß ist das ist hier draußen auf Stattdorf da haben wir geguckt also das geht auf jeden Fall noch sehr sehr viel weiter das kann sich ja alles anschauen aber Abhörraum ja guck an wir haben hier auch aber kein kein Bauherr ich konnte es jetzt nicht laut vorlesen weil da wissen die Leute wo wir sind das ist dann das Wasser was das ist dann das Wasser ich habe es gedacht da ist jemand ja gut das ist ja so gut reingekommen das ist ja so gut das ist ja dünn oder? guck an den das zu meinen geht das ist ja Wahnsinn oder? ja so Leute das ist der Projektraum und wie wir sehen ist ja auch alles zerstört ich habe es jetzt eben schon mal gezeigt und wir gehen gleich nochmal durch ähm ich kann es einfach nicht verstehen wie man denn mit Absicht hier lang laufen kann jetzt bin ich draußen das habe ich jetzt gar nicht erwartet ok so Leute das geht weiter wir sind in der Leiter warum steht ich in der Leiter weil hier unten jemand wahrscheinlich mal wieder was klaren heute das ist das lädt natürlich ein der für alle die was wollen das schaut aus wie ein Stück von Technikraum und hier sind die halt damals rein wenn die Veranstaltung war zack dann nennst du sie aber her das wickeln ist jetzt aussuchen was wir machen gehen wir jetzt hier runter oder gehen wir wir haben das vom Gerät hier guck dir das mal an das sieht aus wie die Rezeption hier also beziehungsweise der Einlass oder die Garderobe das kann natürlich auch sein wir können ja mal hier in diesen Raum reingucken der hier ist vielleicht sagt uns das irgendwas hier fehlt auf jeden Fall eine Leiter könnte Garderobe sein ja